so hallo zusammen ich bin es mal wieder würde ich am liebsten sagen aber nein es ist ja ein neuer kanal und von daher würde ich erstmal sagen herzlichen dank dass ihr jetzt einschaltet und dass ihr diesem neuen kanal eben auch eine chance gibt wir starten mit einer sehr skurrilen serie mit einer serie die gerade nicht so die große mehrheit an zuschauen begeistert und doch muss ich sagen bin ich sehr glücklich über die serie weil die serie sich was traut und ein bisschen antiklimatisch gerade agiert gerade wenn man sagt es ist eine netflix-serie denkt man ja oft an vier crap also vier blödsinn was hingerotzt ist was absolut kein produktionswert letztlich mit sich gebracht hat das finde ich gilt in diesem zusammenhang nicht sie ist keine witcher serie dies ist kein game of thrones ist kein vikings und sie ist kein the last kingdom aber wir sprechen auch bei diesen serien von dem absoluten ultimativen was es gibt man kann von game of thrones gerade zum ende hin halten was man möchte weil der produktionswert genau wie bei witcher ist so hoch und hat so viel gekostet dass es gerade für eine neue fantasy serie extrem schwierig ist auch nur ansatzweise irgendwie zu brillieren es ist eher eine große gefahr dass man wirkt wie das billigere von irgendwas das ist das billigere game of thrones ist das schlechtere the last kingdom das ist das schon fast irgendwie skurril artige oder bisschen satire artige und das ist die serie nicht die serie ist kein game of thrones kein the last kingdom kein herr der ringe was auch immer weil die serie ist etwas ganz eigenes was aber sehr viele leute glaube ich extrem abschrecken wird wir sprechen von der serie the cursed oder einfach nur cursed verflucht im deutschen mit dem zusatztitel die aus erwählte die frage worum geht es eigentlich generell möchte ich in diesem video auch wenn es ein längeres review ist natürlich nicht spoilern es geht letztlich um eine neue interpretation der artus saga also das was man mit excalibur und vor allem im king arthur also sprich könig artus verbindet und doch handelt es sich hier eher um eine comic vorlage jetzt fragt man sich ja aber warum naja weil frank miller der ist ja bekannt unter anderem für zum beispiel sin city hiermit ich weiß den namen gerade nicht mit sowieso wheeler die beiden haben es in dem sinne zusammen erarbeitet und die haben ein neues einen neuen plot erstellt einen neuen inhalt eine neue story basis und aus diesem auf diesem fundament aufbauend ist diese serie entstanden jetzt muss man wissen das habe ich auch ein bisschen recherchiert das wusste ich gar nicht habe ich auch erst nachher gemacht generell ist dieses gesamte der gesamte plot erst ich glaube ende 2018 entstanden ich glaube im november oder irgendwie herbst 2018 anfang 2019 oder sagen wir mal so frühling mitte 2019 haben sie schon gedreht das heißt die haben innerhalb von ein paar monaten aus dem script beziehungsweise dem dem buch der vorlage ob es eine comic vorlage ist weiß ich gar nicht ich denke mal schon haben sie jetzt versucht eine serie aufzubauen und genau das ist auch schon das haupt problem der serie an sich keine zeit zu hastig und nicht genau wissen wohin eigentlich wenn ich als haupt kritikpunkt etwas anbringen sollte ist es definitiv dieser punkt sie wussten nicht wie schnell wie gut und vor allem wie mit welchen figuren und was soll am ende bei rum kommen ich persönlich glaube einfach dass diese serie viel besser funktionieren würde wenn man vorgehen würde wie bei game of thrones man sagt sie bekommt ungefähr zwei staffeln als einleitung und ab staffel drei vier geht es richtig los und mit fünf sechs ist das ende also hat sie nicht bekommen und wird sie nicht bekommen das weiß ich jetzt schon diese serie wird wenn überhaupt eine zweite staffel bekommen ich persönlich glaube es nicht persönlich glaube dass die einschaltquoten also die die letztlich die zuschauerbewertung dass die zu schlecht ausfallen werden und dass netflix hier einfach wieder den stecker ziehen wird denn netflix in diesem zusammenhang wenn es um serien an sich ähm wenn es um serien an sich letztlich geht handelt ganz klar nach der devise die quote ist entscheidend und sie bauen teilweise ganze serien darauf auf dass sie vorher eine analyse durchgeführt haben sprich was wollen die meisten zuschauer sehen welche aspekte interessieren die zuschauer zum beispiel wenn es um game of thrones geht geht es natürlich um ich sag mal brutalität gewalt dieses verruchte dieses unfassbar grausame teilweise auch schon so ein bisschen in die folter übergehende aber eben auch dieses so ein bisschen auf erotik schon fast soft porno artige dieses so ein bisschen so drüber artige das heißt genau diese mischung so ein bisschen gewalt erotik ähm intrigen auch wenn game of thrones für mich viel mehr ist ja also diejenigen die mich schon länger verfolgen wissen dass mir game of thrones super wichtig ist oder gewesen ist besser gesagt und doch bleibt eben genau das hängen und das ist das was viele zuschauer eben interessiert sie wollen eben genau bestimmte bereiche in dieser serie egal in was für einer netflix serie wenn es eine fantasy serie ist wollen sie am liebsten genau das bekommen und cursed wiederum versucht hier so schnell wie möglich und teilweise ein bisschen ziellos das alles unterzubringen sie wollen ein bisschen herr der ringe sein sie wollen ein wenig game of thrones sein sie wollen ein bisschen last kingdom sein und sie wollen ein bisschen the witcher sein sie wollen in dem sinne alles so ein bisschen unterbringen damit in dem sinne jeder zuschauer in gewisser weise zufriedengestellt ist das ist genau das problem denn diese serie an sich ist so anders geschrieben und so teilweise auch schon gerade zu beginn so unsympathisch geschrieben dass die figuren abstoßend wirken und genau das ist das was niemals hätte passieren dürfen du kannst keine serie anfangen und gerade zu beginn einen charakter komme ich gleich drauf zu sprechen so unsympathisch darstellen dass man als zuschauer das gefühl hat die serie ist eher nichts für mich das ist ein riesiger fehler auf der anderen seite hier wieder sie haben die zeit nicht sie können sie können das nicht in der ruhe oder in ruhe ein bisschen weiterentwickeln es muss alles schnell gehen es muss schnell diesen übergang geben es muss von einleitung hin zum hauptteil hin zum schluss dieser übergang diese zwei großen übergänge mit ein paar story twists dazwischen die müssen halt stattfinden egal ob es gerade gewollt ist oder nicht aber gut also das also dazu nun zu dem plot ich habe ja davon gesprochen dass es um artus geht um die artus saga nur sprechen wir nicht von king arthur arthur selbst also artus kommt zwar vor aber spielt eher eine nebenrolle die hauptfigur ist nimwe eine fey eine fey ist so etwas wie ein elfenartiges wesen so würde ich sie am ehesten beschreiben also ein eigenes volk ein magiebegabtes volk nimwe wird gespielt von katherine langford wer katherine langford nicht kennt wird vielleicht ihr gesicht kennen denn das ist hannah baker von tote mädchen lügen nicht staffel 1 das ist dieses mädchen ich glaube zu dem zeitpunkt in der serie irgendwie um die 17 jahre alt die sich vor wenn man so möchte vor laufender kamera die pulsaren damals aufgeschnitten hat das ist der grund warum ich staffel 1 von dieser serie so abgefeiert habe und warum ich so sauer bin dass sie in den letzten staffeln von tote mädchen lügen nicht bis hin zum finale einfach nicht mehr wussten was sie erzählen wollen diese schauspielerin durfte aber in tote mädchen lügen nicht brillieren sie musste ein zum großteil sehr trauriges ein teilweise schon destruktives element spielen also ein mädchen was sehr viel leid durchgemacht hat vor allem psychischen leid also psychisches leid erfahren hat und sich deswegen letztlich dann eben umgebracht hat hier ist castron langford allerdings eine fei das heißt ein sagen wir mal elfenartiges wesen die sich aber gerade zu beginn eher wie ein teenager verhält sie ist cursed deswegen auch der titel sie ist verflucht auf ihr lastet ein fluch und alle oder viele innerhalb ihres dorfes innerhalb ihres zuhauses wenn man so möchte gehen zu ihr auf distanz viele wollen mit ihr nichts zu tun haben sie ist so ein bisschen die aus ja die die ausgesetzte wenn man so will also sie wird teilweise auch wirklich gemobbt und es wird immer wieder gezeigt du bist nicht von uns du gehörst nicht zu uns du bist zwar eine fei aber du bist trotzdem nicht Mitglied dieser Gemeinschaft genau aus diesem Grund ist sie auch so erbost als ihre Mutter sie nochmal dazu ermutigt eigentlich eher dazu zwingt an dem Ritual teilzunehmen und dieses Ritual soll letztlich die Auserwählte führen und sie wird es natürlich es ist so ein so ein ja so ein bisschen Lagerfeuerartig war jetzt nicht die allerbeste Darstellung ehrlich gesagt war ein bisschen lame aber naja sie wird es und sie sagt so nach dem Motto ja aber was will ich damit ich hab keine Lust auf Magie ich bin verflucht ich möchte damit nichts zu tun haben lasst mich damit in Ruhe also möchte sie vor allem jetzt Abenteuer erleben und sie möchte raus sie möchte die Welt sehen und sie möchte vor allem so ein bisschen ihrer ihrer eigenen Vergangenheit auch entfliehen wenn man so möchte nur im Laufe der Zeit passieren eben paar Dinge dass sie das was sie eigentlich vorhatte so in der Form nicht umsetzen kann und zwar muss sie dann eine wichtige Aufgabe erfüllen und diese Aufgabe hat mit einem gewissen Schwert zu tun dem Schwert der Macht das ist genau das Schwert was in der Arthus Saga Excalibur darstellt nur bei der Arthus Saga geht es ja darum dass die Person die in dem Sinn dafür auserwählt ist dieses Schwert eben auch führen kann hier wiederum wird das Schwert eher als etwas Negatives als etwas Obskures beziehungsweise etwas Vernichtendes dargestellt das heißt das Schwert hat nichts mit einem euphorischen Charakter zu tun oder einer Möglichkeit dass man hier zum Helden aufgebaut werden kann sondern das Schwert ist eher dazu da dass man sich nach und nach in dem Sinne so ein bisschen in eine bestimmte eher negative eher menschenverachtende Richtung eben entwickelt und aus diesem Grund soll dieses Schwert zu Merlin gebracht werden ich sage jetzt nicht genau warum unbedingt zu Merlin auch da gibt es so ein paar Hinweise schon relativ früh die aber auch schon relativ klar waren also so eine große Überraschung habe ich da gerade zu Beginn der Serie überhaupt nicht gesehen und Merlin soll sich darum kümmern nur Merlin und deswegen habe ich gerade am Anfang davon gesprochen diese Serie wird vielen Leuten nicht gefallen weil sie eben nicht das widerspiegelt was man gerne haben möchte es ist keine High Fantasy es ist nicht das das Schöne das sind nicht die Guten und die Bösen schön getrennt das ist keine dualistische Welt Welt ähm ja Weltsicht sondern es ist eher etwas das innerhalb der Figuren immer etwas Böses und etwas Gutes in dem Sinne herrscht es gibt keinen Charakter der pur Böse ist gerade von den Hauptfiguren sondern sie sind in gewisser Weise auch ein bisschen dualistisch eben angehaucht und nun soll Merlin sich in dem Sinne darum kümmern und sie wiederum hat aber Angst davor dieses Schwert an Merlin auszu also ihm zu geben letztlich auszuhändigen ihm auszuhändigen und von daher will sie ihn erstmal besser kennenlernen und mit der Zeit versteht sie warum extra das Schwert zu Merlin gebracht werden sollte aber Merlin selbst wir als Zuschauer lernen ihn als den sehr unsympathischen abgehobenen mit Magie gerade nichts zu tun haben Charakter kennen er ist das was ich mit Merlin definitiv nicht verbinde natürlich kann man sagen es wird auch verschiedene andere Serien oder Filme geben da wurde Merlin auch mal anders dargestellt glaube ich auch aber ich persönlich gerade bei so einer Mainstream Serie wie Netflix oft ja eben solche Serien produziert hätte ich mir nicht vorstellen können Merlin mal so unsympathisch zu erleben der Zuschauer ähm nicht der Zuschauer der Schauspieler selbst ist der der den wie heißt der wieder der spielt eine wichtige Rolle in Vikings mir fällt gerade den Namen nicht ein aber ihr werdet es auf jeden Fall direkt erkennen Loki Loki glaube ich heißt der ich bin mir gerade nicht sicher auf jeden Fall macht er das sehr gut er spielt das so gut dass man wirklich relativ früh in ersten Folgen das Gefühl hat mit dem Typen will ich nichts zu tun haben das ist nicht der Merlin so wie ich ihn kenne und dann kommt Arthur Arthus aber hier wird nur von Arthur gesprochen und der wiederum ist jetzt keiner den man mit als König irgendwie ansehen würde sondern er ist eigentlich sowas wie ein er möchte zwar Ritter sein aber in Wirklichkeit ist er am Anfang vor allem ein Gauner er hat sich Banditen angeschlossen und so verhält er sich auch und doch ähm wird er sehr schnell Nimue in dem Sinne in gewisser Weise ähm sehr schnell lieben lernen und sie mag ihn eben auch sehr sehr früh schon jetzt kann man sagen ja es hört sich aber wieder so nach Romantik an auch da haben sie das wieder reingepresst finde ich nicht ich finde das war auch relativ glaubwürdig das haben sie echt ganz gut gemacht generell sind die Schauspieler in der Serie wirklich so dass man auch das so annimmt man glaubt dass das was da gerade passiert de facto so passen könnte die Figuren sind glaubwürdig und die Geschichte teilweise und das ist das interessante obwohl die Geschichte so durch ist und so drüber teilweise erscheint wirkt trotzdem in ihrer in ihrem Zusammenhang glaubwürdig es gibt hier wie in Game of Thrones verschiedene Konfliktparteien und es geht auch in gewisser Weise um den Kampf um den Thron und vor allem geht es darum ich meine da muss man ja kein Hellseher sein wenn es um den Thron geht und wenn wir wissen es gibt das Schwert der Macht also wird das Schwert der Macht damit was zu tun haben also wollen natürlich auch mehrere Parteien dieses Schwert erlangen und Merlin selbst verfolgt aber einen eigenen Plan und Nimue steht dazwischen Nimue möchte eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben sie wollte das Schwert eigentlich auch nicht nutzen sie hat es nur in dem Moment nutzen müssen weil sie gerade angegriffen worden ist von Wölfen das ist auch kein großer Spoiler nur dadurch hat sie überhaupt das Schwert in dem Sinne zu Gesicht bekommen und sie hat sich in gewisser Weise dem Schwert auch anvertraut also sie hat in gewisser Weise das Schwert dann irgendwie auch hat die Magie des Schwerts auch so langsam aber sicher eben auch erfahren aber es ist nicht so dass man sagen kann dass sie dieses Schwert als als den Gegenstand wahrnimmt der sie letztlich dazu bringt eben ein riesiger Held zu werden eine riesige Heldin sie möchte das eigentlich alles nicht sie möchte am liebsten so zumindest mein Eindruck am liebsten ein relativ beschauliches Leben führen und sie möchte gerade zu Beginn eigentlich weg aber leider verläuft es eben alles etwas anders das sollte ein Plot auch reichen alles andere wäre ein Spoiler jetzt kommen wir kurz dazu was ich an der Serie mag und was ich also definitiv nicht mag ich fange an mit dem was ich nicht mag ich mag definitiv nicht dass sie sich so fühlen als würden sie Moment ich muss mal kurz das ausfällen als würden sie jetzt bin ich gerade abgelenkt ich hoffe es geht gleich alles egal da ist es okay also es wirkt so als würden die Showrunner keine Zeit haben ich habe es schon mal gesagt das ist für mich immer auch bei vielen Serien das Hauptproblem sie haben keine Zeit sie wissen nicht wie sie das alles in der Form unterbringen können sie haben 10 Folgen je ich glaube so um die 45 Minuten und da muss alles drin sein du musst die Theatralik haben wie bei Herr der Ringe du musst so ein bisschen dieses Schwert haben was sich so anfühlt wie der Ring der Macht in Herr der Ringe ja also mehr möchte dazu nicht sagen aber kann man sich ja denken er verführt in gewisser Weise also das Schwert verführt dann muss man aber auch Intrigen drin haben man muss Charaktere drin haben die unglaublich bedrohlich erscheinen und so ein gewissen sowas sowas obskures eben ausmachen und man muss drin haben Brutalität ein bisschen Nacktheit einfach alles was irgendwie so in dieses Fantasy ähm gewischt in dem Sinne gehört nur ist das Problem dass sie zusätzlich zu der Fantasy eben noch Realität Realismus mit reingebracht haben weil die Paladine die hab ich noch gar nicht angesprochen das ist auch so mit die Hauptkonfliktpartei weil das sind die die letztlich die Fae eben unterdrücken und letztlich ausmerzen wollen wirken so wie damals eben in der Realität in der Geschichte die Kreuzritter also es geht letztlich um das Christentum und wie das Christentum eben andere Völker unterdrückt und eben unterjocht und letztlich eben auch abgeretzelt hat von daher haben wir eben das Gefühl hm das kenne ich doch das ist doch wirklich so in der Geschichte so passiert und dann wiederum haben wir einen Charakter wie eben Nimue gespielt von Catherine Langford die ja in gewisser Weise magiebegabt ist und das ist etwas was gerade wenn man sich viele Figuren anschaut das ist so es wirkt so komplett konstruiert teilweise und ich bleib davon ich bleib dabei bei dem Punkt das liegt daran dass sie nicht die Zeit hatten vielleicht aber auch einfach nicht gut genug waren wenn man so möchte sie waren vielleicht nicht gut genug das Ganze in entsprechender Form umzusetzen vielleicht kann man das als Kritikpunkt anbringen ich persönlich glaube aber gerade wenn man sich anschaut wie schnell die Serie entwickelt worden ist wie schnell sie produziert worden ist es liegt glaube ich vor allem an Netflix selbst dann glaube ich persönlich und das ist auch das was mich extrem nervt dass sie wie ich schon gesagt habe nach dem Analysekriterium vorgegangen sind also Netflix hat genau geschaut was wollen die Zuschauer sehen und hat das in gewisser Weise genauso unterbringen wollen und das ist etwas was definitiv nicht klappen kann du kannst keine Figuren in die Serie packen die teilweise eins zu eins in anderen Serien genauso vorkommen du kannst keinen Charakter reinpacken der zu Beginn so aussieht wie Kylo Ren in Episode 7 das wirkt etwas deplatziert auch wenn der Charakter gegen Ende wieder weitaus interessanter wird aber zu Beginn war es einfach so der pure Böse finde ich immer lame ich mag sowas nicht ich finde einfach dann mehr dualistisches dass die Figuren eben nicht die Guten und die Bösen sind sondern das ist dass jeder in gewisser Weise beides in sich trägt aber nun gut das heißt einmal Zeit einmal vielleicht auch einfach das nicht vorhandene Können dann als zweiter Kritikpunkt oder von mir als dritter Kritikpunkt ist definitiv der Produktionswert die Serie man sieht der Serie an dass sie nicht viel gekostet hat ich würde mal also meine persönliche Überlegung ist dass die Serie wahrscheinlich keine 20 Millionen Dollar gekostet hat also ich glaube nicht dass sie wirklich viel gekostet hat und gerade wenn man halt dann noch vor einiger Zeit The Witcher gesehen hat und du einfach diesen krassen Unterschied siehst und da habe ich ja teilweise schon Stimmen gehört so nach dem Motto ja aber Tobi ganz ehrlich die sieht doch billig aus das haben die im Hinblick auf die Witcher Serie gesagt wer also das sagt dass Witcher schlecht aussieht der muss natürlich in dem Sinne dann kann ja nur sagen dass Cursed komplett komplett Banane aussieht dass gerade die Schwertkämpfe die Schwertkämpfe schlecht aussehen dass Nimue selbst also Castron Langford keine nicht wirklich als Krierin erscheint wobei auch das bin ich der Meinung nicht gewollt war weil es geht nicht um Nimue als der starke Charakter es geht auch nicht darum dass sie alles kann und dass sie mega magiebegabt ist es geht eher darum dass sie in etwas gedrängt wird in etwas zu etwas gezwungen wird was sie gar nicht möchte und sie wird vor allem vieles nur deswegen machen weil sie versucht ihr Volk zu schützen ja also für alle Faces in dem Sinn da zu sein und dafür nimmt sie eben dann vieles in Kauf letztlich eben auch ja ihr eigenes Leid wenn man so möchte von daher ich habe nicht erwartet dass die Serie viel gekostet hat und ich bleibe da auch bei das wird auch nicht der Fall sein und trotzdem finde ich sie sieht nicht billig aus ich persönlich verbinde mit dem Ausdruck billig vor allem etwas Hingerotztes komplett lieblos ohne Leidenschaft und das nicht nur auf die Produzenten auf die Showrunner ausgelegt sondern auch zum Beispiel auf die Musik und die Musik ist stark in der Serie gerade die Emotionalität in der Serie ist teilweise wirklich gegeben es gab teilweise Figuren die leiden mussten und ich habe mehr mitgefiebert und mehr mitgelitten als bei Figuren in Game of Thrones Staffel 8 die ich über Jahre ja habe kennenlernen dürfen das ist ein gutes Beispiel dafür dass eine Serie in dem Sinne nicht billig sein kann wenn du als Zuschauer dich in gewisser Weise den Figuren verbunden fühlst trotzdem bleibe ich dabei sie wirkt teilweise eben nicht auf dem Produktionsniveau was vielleicht hätte sein müssen aber ganz ehrlich Netflix wird auch nicht nochmal für irgendeine Serie so viel Geld zur Verfügung stellen das ist letztlich einfach Netflix genau wie jeder andere Streaming Anbieter die gucken halt auf die Zahlen und wenn sie halt sehen okay mit der Serie können wir ein bisschen was machen wir wollen aber nicht zu viel ausgeben dann wird halt nicht zu viel ausgegeben es wird so viel gemacht dass man ungefähr eine bestimmte Quote erreichen kann wenn die Quote nicht erfüllt wird die man vielleicht erwartet wird wahrscheinlich die Serie dann noch eingestellt das Finale selbst worauf ich definitiv nicht zu sprechen komme ist so gewählt dass man sagen könnte es könnte zu einer zweiten Staffel kommen ich persönlich glaube es nicht ich glaube dass letztlich zu viele Leute diese Serie nicht mögen werden und dass sie definitiv einfach auch nicht genug Schauspieler dazu ermutigen kann also sprich ich glaube dass wenn in der zweiten Staffel werden nur die vorkommen wie aktuell ich glaube man wird auch keine besseren Schauspieler sehen und ich glaube dass generell auch die Zuschauer nicht so wirklich engaged sein werden dass sie das Gefühl haben wir müssen unbedingt wissen wie es weiter geht ich glaube das ist eher eine Serie ja ist nice to have kannst du dir mal so sonntags napeltes mal reinziehen nebenbei zockst ein bisschen that's it wobei ich das schade finde weil ich finde sie hat sich zumindest was getraut das also der dritte Kritikpunkt ist eben ganz klar hier der Produktionswert also einmal dieses etwas billige in Netflix reindrücken dass man reingezwängt wird in dieses Netflix Produkt dann dass vor allem eben teilweise eins zu eins hier Aspekte von anderen Serien übernommen werden was ich lame finde und eben der Produktionswert aber ich möchte natürlich auf das zu sprechen kommen was mir auch gefallen hat und da gibt es einiges die schauspielte Leistung ist super stark Catherine Langford kann endlich mal mehr zeigen kann endlich mal zeigen dass sie mehr kann als heulen und als ja kaputtes Mädchen letztlich zu fungieren ich finde auch dass der Schauspieler der den Arthur gespielt hat das auch gut gemacht hat ich finde auch den Gegenspieler der Anführer der Paladine den man auch aus Ozark kennt da hat er auch so eine eher Gangsterrolle eingenommen hat das auch gut gemacht generell finde ich die Schauspieler waren schon mit Leidenschaft dabei also ich kenne viel mehr Serien wo man das Gefühl hat ja die spielen hier ihre Rolle irgendwie und danach wollen sie am liebsten in die Pause was essen oder so also so komplett leidenschaftslos das ist hier de facto nicht der Fall also ich habe es definitiv so nicht wahrgenommen wie gesagt die Musik ist wirklich on top ich fand die wirklich gut und es gibt viele emotionale Szenen und da war die Musik genau in dem Moment genau richtig gewählt das ist gerade gerade in vielen Serien aktuell sehr sehr schwierig viele Serien bringen dann den Score wenn es absolut unangemessen ist sie wissen nicht genau wann es auch mal dazu vielleicht oder wann man vielleicht mal ein bisschen mehr Stille reinbringen sollte in der Serie wann vielleicht gerade mal in dem Moment vielleicht nicht gesprochen werden sollte dass vielleicht einfach mal ein Blickkontakt ausreicht um dem Zuschauer zu vermitteln das passiert hier gerade das denken die gerade und das ist da gibt es so ein zwei Szenen die ich sehr sehr stark fand und was ich so richtig stark in der Serie finde ist dass sie sich was getraut hat sie wussten das ist ein sehr unangenehmer Plot der wird viele Leute abschrecken und trotzdem ziehen sie es durch natürlich waren sie cheesy weil sie gesagt haben ja aber wir bringen halt das noch rein dann können wir halt noch ein paar Leute damit selbst wenn die den Hauptplot nicht mögen wenn sie Merlin nicht als den abgefuckten Ego Motherfucker irgendwie sehen wollen dann können sie zumindest irgendwie halt dann die Figur sehen denn die ist ja eher so ein bisschen wie die Figur in der anderen Serie aber sie ist trotzdem so dass sie sehr eigen wirkt sie ist in gewisser Weise ein Risiko und dieses Risiko wird dafür sorgen bin ich schon überzeugt dass es letztlich nicht weiter geht aber ich finde es gut dass in der heutigen Zeit eine Netflix Serie sich endlich mal was Neues traut dass endlich mal gesagt wird wir machen keine 0815 Serie und ich finde es auch wirklich sehr sehr vernünftig von den Showrunnern wenn man so möchte dass sie der Meinung sind sie bringen trotzdem so ein bisschen die Mischung aus Realität und Fantasy mit rein und zeigen trotzdem oder zusätzlich das basiert vor allem auf einer Comicvorlage also es ist halt in gewisser Weise es ist nicht zu realitätsnah ist es aber nicht zu viel High Fantasy sondern es ist so ein bisschen eine Mischung diese Mischung ist das was halt viele Leute extrem abschrecken wird viele Leute werden sagen ja aber wenn ich was realitätsnahes sehen möchte dann gucke ich sowas wie The Last Kingdom oder Vikings aber wenn ich eher Fantasy sehen möchte dann gucke ich eher sowas wie Herr der Ringe oder The Witcher von mir aus aber doch nicht so eine Mischung und genau das hat mich aber so angesprochen dass du einfach das Gefühl hast ja aber genau dieser Charakter so wie er gerade handelt könnte auch so damals in den Kreuzzügen in dem stattgefunden haben das ist etwas definitiv für mich etwas sehr positives was ich denen wirklich sehr hoch anrechne dass sie sich getraut haben genau diese verschiedenen ja Wege beizubehalten und sie haben trotzdem versucht auch ein bisschen Comic mit rein zu bringen denn diese Überblendungen sind in gewisser Weise immer so ein bisschen Comichaft gewählt genau wie das Intro auch das ist so ein bisschen Comichaft das finde ich persönlich sehr gut das heißt gerade dann wenn es eine brutale Szene gab und es gibt sehr viele brutale Szenen in der Serie es gibt die Serie ist ab 16 ich persönlich finde sie teilweise im großen ganzen ist ab 16 in Ordnung aber es gibt ein paar Szenen da habe ich gesagt ich bin bei Game of Thrones gelandet die waren teilweise wirklich brutal also da siehst du wirklich wie da der Kopf wegfliegt wie da die Hände abgeschnitten werden und das war teilweise wirklich brutal aber im ganzen ist es natürlich kein Game of Thrones da bin ich schon bei den Showrunnern also ich denke mal deswegen auch die 16er Bewertung das heißt die ist brutal sie ist teilweise ein bisschen abstoßend sie hat unsympathische Charaktere sie hat eine Hauptfigur die am Anfang eher lame ist die mit dem ganzen nichts zu tun haben will das ist nicht die Heldin und sie sie empfindet sich nicht als Heldin und gerade zum Ende hin sie sieht sich nicht als Heldin an sie wird zwar in gewisser Weise dann zu einer Heldin gemacht von ihren Anhängern und auch da gibt es eine Szene die war halt eins zu eins so in Game of Thrones die fand ich lame ohne Ende habe ich echt gedacht are you fucking kidding me aber gut es ist nun mal so auch hier sind wir bei dem Punkt sie sind teilweise cheesy also sie gehen teilweise eben auch den einfachen Weg weil sie wissen sie können damit halt das komplett Beschissene in etwas besser umwandeln aber für viele Leute bleibt es trotzdem beschissen aber es gibt eben genau diese Figuren die mir so wichtig sind ich fand einen Merlin super stark ich fand den sogenannten weinenden Mönch so super stark das ist dieser Charakter der am Anfang nur als das pure Böse dargestellt worden ist der hat die Faye abgeschlachtet bis zum geht nicht mehr der hat für die Panadine gearbeitet und doch steckt halt hinter ihm weitaus mehr und das ist der letzte Punkt den ich ansprechen möchte was ich so gut an der Serie finde ist dass die Figuren in dem Zusammenhang in der in der Welt in der sie leben sie sind glaubwürdig es gibt keinen Charakter den ich als unglaubwürdig wahrgenommen habe in dem Moment handeln sie teilweise in den meisten Fällen relativ glaubwürdig wenn eine Faye die nicht Nimue heißt vorher noch nie gekämpft hat dann wird die wenn die eine Waffe in die Hand gedrückt bekommt natürlich jetzt auch nicht zur Kriegerin das wäre ja auch seltsam wenn das der Fall wäre aber es gibt eben gerade in der Serie keine Rey wie in Star Wars die einfach alles kann Nimue selbst hat natürlich Magie als Ressource zur Verfügung aber sie hat es ehrlich gesagt nur selten angewendet oder sie wollte es nur selten anwenden und sie ist de facto nicht dieses magische Wesen das über allen strebt und eigentlich alles zunichte machen kann sie ist nicht diese Heilsbringerin und das finde ich so großartig dass man mal wirklich auch einfach sich mal traut in gewisser Weise die Hauptfigur die Heldin der Serie teilweise als sehr menschlich darzustellen mit sehr vielen Fehlern und sehr vielen Schwächen und eben nicht nur wie gerade bei Rey bei Star Wars dass sie alles kann irgendwie und genau das finde ich so stark an der Serie sie haben sich was getraut und sie haben die Figuren glaubwürdig gemacht das gesamte Worldbuilding der Serie finde ich absolut in Ordnung es gab auch schöne Bilder es gibt schöne Aufnahmen der Wälder zum Beispiel oder auch wenn es Schiffsaufnahmen sind am Hafen das ist alles so dass ich sage das sieht nicht aus wie Game of Thrones aber ganz ehrlich schaut euch bitte nochmal in der Rückblende allein die erste Staffel Game of Thrones an erstens ist es vom Plot her einzig nur Einleitung generell die ersten zwei drei Staffeln sind fast nur Einleitung es ist nur wir zeigen die Figuren wie sie sich so nach und nach entwickeln nur hatte Game of Thrones dafür viele Staffeln zur Verfügung diese Serie wird keine weitere Staffel bekommen vielleicht noch eine aber ich glaube maximal wenn nur eine zweite maximal das heißt das wird die Serie schon mal nicht erleben dürfen die musste also sehr sehr schnell alles irgendwie unter einen Hut bringen und Game of Thrones war gerade zu Beginn ganz ehrlich die hatten auch nicht viel Geld zur Verfügung die haben keine großen Schlachten dargestellt zu Beginn dann ging es darum dass sie versucht haben das so auch hier so cheesy möglich zu machen also wir machen uns das Leben so einfach wie möglich damit wir auch nicht viel Geld ausgeben müssen wir wollen keine riesige Schlacht wie in Staffel 6 wollten sie in Staffel 1 noch nicht weil sie nicht wussten ob es Staffel 2 geben wird weil natürlich auch HBO auch nicht einfach gesagt hat so hier habt ihr mal keine Ahnung ein paar hundert Millionen macht damit was ihr wollt das war de facto nicht der Fall und ich möchte noch nochmal darauf zu sprechen kommen dass gerade die Pilotfolge von Game of Thrones war so schlecht damals die wurde dann den Showrunnern also die Showrunner haben HBO das dann eben vorgestellt HBO hat gesagt das ist kompletter Rotz wenn man so möchte und da gibt es viele Videos zu zum Beispiel von Cinema Strikes Back damals oder damals noch die Filmfabrik und die haben glaube ich 80% der Pilotfolge komplett neu gedreht das war kompletter Rotz die Folge die Pilotfolge die wir nie zu Gesicht bekommen werden war so schlecht und deswegen finde ich auch einfach dass gerade so eine erste Folge von mir aus die ersten zwei Folgen einer Serie da drücke ich oft mal ein Auge zu aber ich möchte dass die Figuren innerhalb einer Serie sich entwickeln ich möchte dass am Anfang eine Nimue nicht so ist wie am Ende ich möchte dass ein Arthur am Anfang als der so ein bisschen als der der Draufgänger der Bandit dass der am Ende definitiv kein Bandit mehr ist und sich definitiv nicht mehr als Draufgänger fühlt ich finde dass es in jeder Serie in jedem Film eine Weiterentwicklung braucht es kann in gewisser Weise auch eine Rückentwicklung geben wenn das gerade zu der Story passt aber es muss eine glaubwürdige Entwicklung der Figuren geben und meiner Meinung nach ist es genau das in dieser Serie der Fall und aus diesem Grund bin ich sehr dankbar dafür dass sie versuchen mit den Figuren die sie haben und sie haben nicht so viele Figuren aber die die sie haben mit denen wissen sie was anzufangen es gibt zum Beispiel einen kleinen Jungen einen Faye Jungen auch der hat mich sehr an einen Jungen in Game of Thrones erinnert aber der hat das sehr sehr gut gespielt der hat das sehr glaubwürdig gespielt den hat man von vornherein hat man dem das so abgekauft dass man gedacht hat boah der traut sich was der hat keine Angst vor den Gegnern wenn man so möchte und genau das habe ich bei vielen Figuren so gedacht es gibt aber auch allerdings Momente da denkt man auch so Leute 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 also Glaubwürdigkeit ist bei vielen Figuren so aber bei allen Figuren und auf alle Figuren schaut natürlich nicht das möchte ich aber auch nicht es geht mir um die Hauptfiguren um die die mir wichtig sind darum geht es mir und nicht um eine Figur die mir eigentlich komplett egal ist so das war es also damit das war ungefähr so ein bisschen die Stimmung gerade was die Serie anbelangt dann worum es in der Serie an sich geht das Problem der Serie dann meine meiner Meinung nach die Vorteile beziehungsweise die Stärken der Serie und die Schwächen der Serie und jetzt kommen wir zum Fazit bis zu der Schlussbemerkung sollte man sich wenn man jetzt nur die Schlussbemerkung sich reinzieht sollte man sich diese Serie anschauen ich würde sagen ja sollte man vieles erwarten de facto nein man braucht bloß nicht an Witcher oder Game of Thrones denken und auch nicht an Vikings und The Last Kingdom man sollte der Serie einfach eine Chance geben und schauen ob es am Ende in Ordnung war was man definitiv nicht machen sollte man sollte nicht nach der ersten Folge abschalten auch nicht nach der zweiten Folge man sollte zumindest bis zum Klosterplot sollte man definitiv dranbleiben weil ab dem Klosterplot wurde die Serie auch sehr spannend und hat auch wirklich einige wirklich coole Elemente mit reingebracht die mir sehr gefallen haben man sollte der Serie einfach ein bisschen eine Chance geben und man sollte dranbleiben wenn man das Gefühl hat es ist irgendwann einfach zu schlecht dann kann man von mir aus ausmachen aber man sollte definitiv nicht nach der ersten und nach der zweiten Folge ausmachen diese Serie hat zumindest verdient dass man sich sagen wir mal bis zur dritten vierten Folge durchquält wenn man am Anfang eben damit Probleme hatte und diese Serie ist ein Beispiel dafür dass man versucht ein bisschen diesem Netflix auch wenn sie versuchen natürlich oder wenn sie dazu gezwungen wurden eben so viel wie möglich einzubauen um so viele verschiedene Zuschauergruppen wie möglich anzusprechen sie haben trotzdem versucht mal was eigenes zu machen was konträres was unsympathisches etwas was viele auch abschrecken kann in gewisser Weise sehe ich in dieser Serie so ein bisschen The Boys auf Amazon Prime Amazon Prime traut sich teilweise mehr als Netflix das muss man wirklich so sagen und The Boys ist eben auch eine Comicvorlage oder basiert auf einer Comicvorlage ist super brutal ist super heftig in der Ausdrucksweise und hat kranke Szenen und ist komplett einfach durch ich sage oft auch im Stream durch das ist für mich so ein Ausdruck wie wenn jemand komplett lost gerade ist wenn man einfach überhaupt nicht mehr weiß wohin damit wenn man einfach komplett mit dem Leben durch ist also wirklich verrückt oder zumindest irgendwie nicht mehr so ein wirkliches Ziel in dem Moment gerade verfolgen kann und diese Serie wirkt für mich genauso sie bringen einen Merlin gerade zu Beginn so dass du denkst alter Schwede den Typen will ich aber in der nächsten Folge nicht mehr sehen und dann zeigen sie ihn wieder und er wird noch unsympathischer und du denkst dir was zum Teufel soll das dann soll jetzt auch Nimue das Schwert zu ihm bringen und du hast das Gefühl nach dem Motto ja das wird ja überhaupt nichts wie soll man denn dem Typen vertrauen das ist doch nicht der Merlin der Zauber wie man ihn aus Serien und aus Filmen kennt das ist doch hier ein abge weiß ich nicht einer der mit dem Leben durch ist der keinen Sinn mehr im Leben sieht der komplett irgendwie teilweise glaube ich kam er mir so ein bisschen auch Alkoholiker mäßig vor auf jeden Fall keiner den man mit dem Weisen und Großen und Ernstzunehmenden Merlin eben verbindet auch der König selbst ist eine Figur die eher so drüber erscheint viele Figuren sind so ein bisschen auch satirisch angehaucht so kommt es mir vor also sehr drüber geschrieben dass du wirklich denkst Alter was will der denn der kann doch nicht König sein aber eben immer so dass es zur Story passt und wenn man damit halt klarkommt wenn man halt das Gefühl hat wir sehen mal was komplett anderes was einen eher abschreckt wenn man ein bisschen dran bleibt wenn man auch mal davon ausgeht dass die Kamp-Szenen nicht die besten sind dass das Bühnenbild auch nicht das Beste ist dass vielleicht auch nicht immer die Musik die allerkrasseste ist überhaupt wenn man davon ausgeht wir haben kein Game of Thrones und kein Witcher und wir haben nicht dieses Triple A Niveau sondern dass man einfach eine solide Serie bekommt dann finde ich ist man mit der Serie gut dran und gerade wenn man Catherine Langford mag dann glaube ich wird man die Serie sowieso sehr mögen ich glaube ohne Catherine Langford weiß ich nicht ob ich sie geguckt hätte das war für mich gerade beim Teaser Trailer damals schon der Hauptgrund warum ich reingucken wollte ich wollte sehen was kann diese Schauspielerin noch abseits von Tote Mädchen Lügen nicht wo sie eine suizidale Teenagerin spielen musste gut das war es also dazu das war die erste ja Review zu Cursed ist ein bisschen länger geworden aber es ist alles drin was ich ansprechen wollte gebt der Serie mal eine Chance wenn ihr der Meinung seid es ist eine komplette Crap-Serie ist auch kein Problem ich persönlich finde nur dass eine 5,3 auf IMDb zu gering ist ich persönlich gebe ihr eine 7,8 das ist vielleicht ein bisschen drüber vielleicht hat sie keine 8 von 10 verdient wenn man so möchte vielleicht sagt man auch eher eine 6 oder eine 7 von 10 aber eine 5 von 10 finde ich echt übertrieben und vor allem eine IMDb-Wertung da gibt es leider mehrere von 1 von 10 ist eine absolute Frechheit sondergleichen also wer solche Reviews schreibt der tut mir einfach nur leid was anderes kann ich da nicht zu sagen das ist wirklich unangemessen also eine 1 von 10 ist für mich eine Serie die absolut nur darauf aus ist so belanglos so lieblos und mit so wenig Mitteln wie möglich einfach nur Cash zu grabben und das kann sie nicht weil viel Cash grabben wird sie nicht dafür gucken es zu wenige und lieblos ist in keinster Weise die Leidenschaft des Schauspielers definitiv zu spüren und auch der Plot und die Story an sich ist nicht so dass man sagt das ist irgendwie hingerotzt von daher ich bin auf eure Meinung gespannt bitte postet es in die Kommentare bitte unterstützt diesen Kanal würde mich sehr freuen bitte ja verfolgt meinen Kram wäre wirklich das allergrößte für mich auf YouTube auf Twitch auf dem Blog wird alles verlinkt ist alles unten irgendwie verlinkt und macht es gut und bis zum nächsten Video auf Serienhorizont ach so das Logo wird auch nur nachgereicht in nächster Zeit aber kommt alles kommt Zeit kommt Logo und vielleicht noch ein bisschen mehr macht es gut bis zum nächsten Video Ciao bis zum nächsten Video